Ja, André, danke schön. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zur letzten Pressekonferenz hier bei uns im HNR Sportpark in diesem Jahr. Und wir gehen ohne Umschweife wieder wie immer in die Analyse. Das Wort hat traditionell der Gast. Zunächst, Mario, bitte deine Analyse. Ja, schönen guten Tag. Ja, mir ist noch ein bisschen kalt. Das Spiel war ja auch für uns nicht so erwärmt. Ja, ich denke mal, es ist hier nichts Unnormales passiert. Der Tabellenletzte hat beim Tabellenführer 5-0 verloren. Damit sind wir ja nur ein bisschen ein Tor schlechter gewesen als Lenards letzte Woche. Wenn man hier was erreichen will, dann muss man, denke ich mal, mutiger auftreten. Man muss aggressiver auftreten. Das haben wir heute nicht hingekommen. Dass wir hier fußballerisch nicht mithalten können, das ist schon klar. Von daher haben wir auch teilweise heute hier in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen die Grenzen aufgezeigt gekriegt. Aber wir müssen das Spiel trotzdem abhaken, weil nächste Woche haben wir das Heimspiel gegen Steinbach. Das ist für uns elementar wichtig, um wieder ranzukommen. Und ab jetzt ist schon wieder die Konzentration auf Steinbach und das 3-Eich-Spiel schon wieder vergessen. Ich wünsche Ihnen allen frohe Weihnachten, weiter und weiter guten Erfolg. Und vor allen Dingen, Rudi, schlagt alle Gegner, die mit uns da unten stehen. Dankeschön. Danke, Mario. Rudi, dein Statement bitte. Mario, wir werden es versuchen. Aber zunächst haben wir erst mal noch nächste Woche einen richtig guten Brocken vor uns. Also das hat mit unten dann, glaube ich, weniger zu tun. Aber wir hatten im Vorfeld, muss ich trotzdem sagen, sehr großen Respekt vor Felmar, weil die doch in den letzten Wochen doch gute Leistungen gezeigt haben und haben auch immer wieder Nadelstiche auch gesetzt. Und von daher hatten wir schon einen sehr großen Respekt. Aber ich muss sagen, die Jungs waren oder sind sehr gut drauf. Das hat man schon gesehen bei Fulda und auch Lennerts jetzt. Und sie haben auch heute das sehr konzentriert gespielt. Gerade wegen den letzten beiden Spielen. Das ist halt immer dann auch manchmal schwierig, dann den Fokus dann dann bei dem Spiel dann, letztes Heimspiel dann auch nochmal so hoch zu halten. Aber das ist gelungen. Die Jungs waren konzentriert. Ich muss auch sagen, sie haben zur rechten Zeit die Kisten auch wieder getroffen. Das wichtigste Tor, glaube ich, war direkt noch kurz vor der Halbzeit, das 2-0. Das war das wichtigste Tor für uns im Prinzip. Und von daher haben die Jungs dann auch eine gewisse Spielfreude dann auch wieder gerade insbesondere in der zweiten Halbzeit dann auch auf den Platz gebracht. Und ich denke, ja, verdient gewonnen. Was uns halt eben freut, dass wir jetzt auch auf dem ersten Platz stehen. Und wie gesagt, die Jungs, ich kann das immer nur weitergeben von der Kabine. Ich kam gerade auch aus der Kabine, die richtig happy sind. Das andere Spiel ist ja dann noch ausgefallen. An der Lennerts hat ja nicht gespielt. Und von daher ist es auch, wir sind von den Spielen dann auch gleich. Und von daher ist das Bild dann auch jetzt nicht mehr ganz so verfälscht. Von daher geht man dann auch ganz gerne dann auch beim letzten Heimspiel aus der Situation raus. Und da möchte ich mich über Mario dann auch anschließen. Wir haben tolle Fans hier, die uns insbesondere auch sehr, sehr, sehr gut gepusht haben in der Saison, weil das nicht immer ganz so einfach, wenn du Meister wirst und das dann auch gleich so den Zug aufnimmst und versuchst, das dann auch zu wiederholen. Von daher muss ich sagen, die Leute hier, die Fans, die haben uns sehr, sehr gut nach vorne gepusht, insbesondere auf unser Haustor. Einfach mal ein großes Dankeschön auch von meiner Seite her, von meinem Trainerteam, von der Mannschaft, weil, wie ich angefangen habe mit dem Ralf, war da noch nicht ganz so viel los. Und das hat sich richtig gut ausgebaut. Und das freut uns natürlich. Und von daher wünsche ich dann allen auch ein frohes Weihnachtsfest, weil wir werden uns ja hier jetzt nicht mehr sehen. Wir haben ja ein Auswärtsspiel dann. Ja, einen guten Rutsch in die neue, in die neue Zeit. Und vor allen Dingen, was, denke ich, immer ganz wichtig ist, viel, viel Gesundheit. Dankeschön. Danke, Rudi. Gibt es Fragen von den anwesenden Medienvertretern? Keine Fragen? Gut, dann bedanke ich mich auch bei 120 Zuschauern heute im HNR-Sportpark, die trotz dieser klirrend kalten Temperaturen zu uns gefunden haben. Ich wünsche auch allen eine gute Heimfahrt, ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und der André hat das vorhin schon anmoderiert. Das nächste Heimspiel steht dann an, am 9.3. gegen Neu-Isenburg. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank.